Ich habe zwei Partisanen getötet. Was will ich mit Ihnen tun? Wir enable them. Hey, how come I get to be the private? Because you've got to have class to be an officer. I must confess, the inside of that prison is the last place I ever wanted to see again. Yes, I do. It'll be dark by the time we'll get Garrison out. That may help us. Let's go. Let's go. Papiere, bitte. Ich bin Major Kaufmann. Ich habe einen Partisanenführer. Ich will, ob es mein Frühling sehen, sofort. Ohne Papiere? Ich habe sofort gesagt. Zu Befehl, Herr Major. Hey, what was all that about? He wanted to see our passes. Most Germans are trained to obey, not to think. Barker, order and their discipline completely dominates any thought of question. Hey, what did he say? He said you always get in, if you're SS, baby. Barker, don't. Adelant, we'll have to gear up. Was soll das? Ob es mein Frühling? Ja. Major Kaufmann. Vor einer Stunde haben wir einen Partisanenführer gefangen genommen. Sie haben einen anderen Partisanen. Einen Amerikaner. Bringen Sie ihn. Erhoberst, ich parte. Erhoberst, ich parte. Ein Mann fehlen hier. Bringt den Amerikaner her, zu mir. Sofort. Okay. Herr Major, ich möchte bitte Ihre Papiere sehen. Glauben Sie mir nicht? Abtreten. Was ist Ihr Name? Garrison. Lieutenant. 926-314. An Amerikan. Do you know this man over here? Answer me! Did you kidnap that German officer's child? Answer me! Answer me! Yes. Did the colonel agree to let you recapture the resistance leader and return for his son? Yes. Sie kommen mit mir. Ich bestehe darauf, Ihre Papiere zu sehen. Sie haben nichts zu verlangen. Ich habe das Recht, Ihre Papiere zu sehen. Sie wollen meine Papiere zu sehen. Sie wollen meine Papiere zu sehen. Und ich habe keine. Sie wollen meine Papiere zu sehen. Sie wollen meine Papiere zu sehen. Sie wollen die Papiere zu sehen. Aber Sie müssen doch nicht mit dir aus. All right. Your gun. 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 Your gun.